Alle. Es kann allen nur schlechte Arme geben. Mit meiner Schwester? Was ist das für eine Frage? Alle. Chris Kramer. Least married. Warum? Warum? Ich weiß nicht. Ich lasse ihn nicht. Chikus. Markus steht auf. Oh, Chikus. Ja, Chikus. Sie sagten Markus für die Schwester. Oh, es ist Markus und Chris. Ah, Chris Kramer. Chris Kramer. Viele. Die kommen in die ganze Mannschaft. Das ist gar kein Wort. Ja, gar keiner. Gute Frage. Wenn ich auf gar keinen Fall mit meiner Schwester verheiraten würde. Uh. Darf ich mehrere aufzählen? Auf gar keinen Fall Florian Neuerhaus. Weil, also das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ, aber mit dem kannst du nichts anfangen, als meine Schwester. Also, Chris Kramer auf gar keinen Fall. Ja, wenn ich einen raussuchen müsste, glaube ich Tony irgendwie, den so oft zu sehen, wäre nicht so meins. Ja, ich glaube die Frage müsste man umgedreht stellen, wenn ich überhaupt in Erwägung ziehen würde. Und da wird es richtig eng. Gibt es genügend, wo ich sage auf gar keinen Fall. Rokko Reiz. Rokko Reiz. Rokko Reiz. Joe Scali. Jan Oelschowski. Keiner. 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 Dich habe ich alles glücklich vergeben, von dem er passt hat.